Was ist das? ich würde mal ganz pauschal davon ausgehen also ist gar nicht so viel schlechter weiter um einiges schwerer und habe ich nicht gerne gedacht ist um einiges schlechter ich wäre gerne ich lasse da unten mal weiter drauf rum prügeln hallo komm hör doch auf zu blocken oh mein lord komm schon mit ohren alter sterben das ist ein witz ja ach ja so ihr seid jetzt noch zu zweit da unten und der eigentlich wieder zurück der Typ den ich runtergekickt habe hm I don't know Unluckers Unluckers Kettenbrecher Infanteriehelm hm hm äh pfff kann man da drei weniger dafür gegen Stich und so ist es halt scheiße so ich komme jetzt hier nicht wieder hoch ne ach da ist er kot hier 哎 da ist sind für eine Gegend ey holy shit Warum ist hier alles kaputt? Und da stehen zwei Schild- und Speerträger Hä? Was war das? Lebensstein und Heimatknochen Verschlossen Mann, warum ist denn hier alles immer zu? Warte mal, ich hab doch noch Ich will nämlich nur den einen Pullen Oh, what? Wie viel Schaden macht denn bitte so ein Wurfmesser, alter? Holy moly, was? So ein Henker Krass Üble Kiste An der Stelle Üble Kiste Was, ne Aussicht Oh Ah, da ist ein Nebel Really disliked that Nebel Ich wusste es Was? Weil ich hier baseline ist Das ist Witz Tömer Witz 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 Aua. Aufstehen und wegrollen. Uiuiui. Da habe ich es gerade mal unten gesetzt. Und du bist weg. Gewebeskraut. Eine Hellebarde. Oh mein Gott, was? Juhu. Let's go. Oh nein. Nein 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 nein. Scheiße. Ah, wie ärgerlich. Ah, bei der Helvade. Äh, Quatsch, wo ist sie denn, die Felebarde, da? Gegenstand kann aktuellen Attributen nicht effektiv genutzt. Ah, scheiße. Äh, was brauche ich denn dafür? 20 Stärke, 14 Decks. Gehen wir mal erstmal wieder aufs Schwert. Hm, ich rush wieder durch. So. Ich verstehe manchmal nicht, wann die runterlaufen und wann nicht. Das ist irgendwie strange. Äh, das ist jetzt ein bisschen doof. Warte mal. Hm, genau deswegen. Aber ich müsste hier ja gar nicht langen. Das ist halt das Problem. Hallo? Entspannen Sie sich bitte da oben. Aua, what? How? Da war keine, kein Gegenstand, der in ... oder sowas. How could he hit me? Unluckers. Dann komm mal her. Heute noch. Oh, Leute. Jetzt seid nicht zu blöd. Geht doch. Hm. Geht doch. Wie geht denn das, so? Okay. Okay. Alles klar. Ah, Gott. Okay, das Ding ist, ich möchte halt mein Stuff zurückhaben. Wenn ich aber da hochlaufe, habe ich, glaube ich, ein Problem. Oh, what? What the fuck? Du Bastard. Das ist da vielleicht wahrscheinlich da oben, ne? Ja, ich wusste es. Nein, 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 nein. Ah, aber er kommt ein bisschen näher. Ich hole mir das Zeug jetzt zurück. Definitiv. Und wenn ich dabei noch 30 Mal draufgehe. Ich brauche, muss aber langsam sich meine Menschlichkeit nehmen. Ach, Mann. Ich will ihn das in 4.000 sehen. Ich will, dass die da vorne hinwerfen. Und tatsächlich... Das war knapp. Hm. Hallo. Guck dir keinen Bock. Meine Güte. Danke. Aua. Den Stand sollte ich nicht. Na egal. Na egal. Na egal. Na egal. Na egal. Wo kommst du denn jetzt her? WTF? Hä? Die KI. Ja läuft bei ihm. Geht weiter. Ich hoffe der kommt jetzt nicht zurück. Na egal. Na egal. Ja. Na egal. Wo ist mein... Na egal. Ich wollte ihn parrien halt. Na egal. Äh. Gut. Wir gehen mal zurück. Wollen wir zurück? Wir nehmen 6000 Seelen halt, ne? Ah. Jetzt. Jetzt ist er runtergeglitscht. Okay. Komm her. Komm her. Komm her jetzt. Eine Güte. Eine Güte. Ist doch knapp. Okay. Äh. Okay. Ähm. Da ist einer drinne. Hoffe ich mal. Hallo? Mister? Haben wir Lust auf zu stehen? Warum nicht? Keine Ahnung. Dann machen wir es halt so. Das ist für mich auch fein. Mann? Fragezeichen. Ich höre ihn flüstern. Das gefällt mir nicht. Das ist doch auch ne Falle. Großer Leder steht und Lebensstern. Keine Falle? Okay. Hätte ich schwören können, dass das ne Falle ist. Aber okay. Hm. Oh. Wir sind hier. Oh ja. Ich kriege einen Shortcut. Feuerpfeile ziehe ein Stück. Oh yeah. Juhu. Shortcut. Hallo. Dort brennt alles. Da will ich nicht hin. Okay. Wenn wir jetzt hier den Shortcut haben. Dann möchte ich tatsächlich. Mal schnell hier hoch. Ignoriert den tatsächlich sogar. Sehr interessant. Möchte ich hier hoch. Dann gehe ich schnell mal rüber. Und zwar würde ich gerne kaufen wollen. Dieses Ding. So. Dann. Äh. Genau. Möchte ich da hin. Denn wir haben eine Scherbe für unseren. Für unsere Estos. Ja. Wie auch immer er krekt. Es ist ein Verkaufstärk. Es ist ein Verkaufstärk. Es ist ein Verkaufstärk. Dann möchte ich gerne noch mal aufstecken. Jetzt haben wir zwei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Wir brauchen 20 Stärke. Für die Hellbade. Das brauchen wir noch. Äh. Wo ist die Klasse? 14 Decks. Ah ja. Ich habe ja einen Bogen. Stimmt. Mit der Hellbade. Aber auch. Uiuiuiui. Okay. Äh. Habe ich denn da irgendwas, das großartig meine Füße mehr Schaden macht? Messer, Messer. Nee. Ja. Das hier ist besser, man. Ist großschuldig. Jetzt bin ich auch verlastet. Ich weiß. Hm. Geht eigentlich. Nichts. Das ist ja eine andere Rolle. Hm. Okay. Äh. 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 Was wollte ich denn jetzt noch mal? 200. Gebt hier. Da gibt es mehr. Hier gibt es mehr. Das ist mir 800. Der Deal gibt. 1600. Könnte für zwei weitere Level erreicht haben eventuell. Schrei doch bitte nicht so spielen. Das ist schon ein bisschen fettrolly. Äh. So. Ich hab' die Kurzschritte vergleicht. Diese Plankschritte. Es ist halt wirklich minimal, ne? Das ist eine Dexwache. Kann ich dann aber jetzt den Bogen anlegen, ohne dass ich... Nope. Okay, wir werden aber erstmal noch weiter mit Kurzschritte kämpfen. Was wir noch ein bisschen Seelen gesammelt haben. Glaublich auch sehr. Äh, und dann ja mal gucken. Jetzt ist halt die Frage, will ich da einmal rein in diese Tür? Und ich hab' jetzt, warte mal. Ich hab' jetzt erstmal, hab' ich ja das Teil für die... Oh, what? Ja, ich... Hallo? What the fuck? Okay, eigentlich... Was zum Henker? Huh, was? Arsch! Mit Ohren, alter. Holy fuck. Was zum Henker? Wo kommst du denn jetzt her? Du... Von da oben kommst du nicht? Wo kommst du her? Und warum rennst du mich um? Arsch! Oh no, nicht parrying! Hallo, steh auf! Trink was! boy, ne! Das ist die Schrolle! Nein! Oh man! fuck off ist beim ersten mal besser funktioniert aber ich habe auch beim ersten mal oder ich habe bei dem letzten mal ja klatscht für mich denn aber auch bei den letzten mal nicht so hart auf den sack bekommen von denen hier vorne stehen wir jetzt da oben wieder jetzt ja ja so das darf zurückholen so und dann möchte ich gerne noch hier runterrutschen hier ist ja keiner noch aber kein gegner was bist du und warum bist du denkst du mir jetzt irgendwas dass du da bist oder okay du zeigst mir dass da eine wand ist interessant kommt da jetzt auch ein ding raus eine party denn jetzt schon das war nicht nur einer oder das gerade falsch gesehen und ein klorantiering und kaffee truhe da war ein bösericht okay okay wir machen jetzt den ringern gucken die wir bekommen haben gut mehr ist hier ja dann nicht mehr ich glaube ich werde jetzt hier auch mal einen cut machen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin reingauen